Die Landesverfassung selber bietet ja die Möglichkeit, solche Basisbewegungen zu nutzen und da es doch viele Menschen gibt, die sagen, hier fehlt was, ist es völlig legitim, diesen Weg zu gehen und auf dem Weg selber die Diskussion auch an die Basis zu bringen. Die ist ja bisher überhaupt noch nicht geführt worden. Das ist im letzten Jahr alles sehr schnell gegangen im dritten Quartal und dann entschieden worden und viele Menschen haben erst im Nachhinein begriffen worum es ging und wir hoffen natürlich, dass darüber es gelingt auch mehr Menschen im politischen Raum dafür zu gewinnen, dass eine solche Formulierung nicht etwas ausschließendes ist, sondern gerade einen hoch integrativen Impuls setzen kann.